Vielleicht können wir einen kleinen Bistro-Tisch draus machen. Wir könnten aus vier von den Dauben welche bauen. Wir bauen aus den Fassteilen etwas Neues. Ich muss erst alles zurechtsägen, bevor wir das Fass auseinandernehmen. Wenn's einmal aufgeht. Wenn wir den Rand begradigen, ist es wie ein Tablett. Da rutscht nichts runter und es ist ein echtes Unikat. Und bei den Beinen sollte auch die Innenseite nach außen zeigen. Sie hat so eine schöne Farbe. Finde ich auch. Das gibt die Beine. Nettes Tischchen.